Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Motorradfreunde, ich habe erhört, Sie im Namen der Unteroffiziersgesellschaft Gerold, euer bereits zum sechsten Mal hier in der Hasbüller-Kaserne Sie zur Motorradschläge begrüßen zu hören. Es freut mich, und nicht nur mich, sondern uns alle, dass trotz der unsicheren Wetterlage wieder so viele Motorradfahrer zu uns gekommen sind. Einen schönen Tag von meiner Seite, hohe Geistlichkeit, liebe Motorradfreundinnen und Freunde, ich habe vorher schon gesagt, für mich beginnt der Frühling nicht mit den Gänseblümchen, sondern normalerweise mit der Motorradsegnung da in der Hasbüller-Kaserne. Es freut mich sehr, ganz, ganz viele Bekannte wieder da in der Hasbüller-Kaserne begrüßen zu dürfen. Ich will einen großen Wunsch haben, und zwar, dass ihr hier einen ganz, ganz tollen Sommer habt, wo ihr ganz viele Ausfahrten machen könnt, und dass ihr alle unfallfrei ein wunderbares Hobby genießen könnt, eure wunderschönen Maschinen immer wieder sicher von euren Ausfahrten zurückbringt. Und ich denke, das Segen von Herrn Vora ist sozusagen ein guter Schutzschild auf euren Wegen. In diesem Sinn, eine schöne Motorradsegnung euch allen und einen wunderbaren Sommer. Herr Vora, danke. Und dies sind für den Dienstleistungsjahr oder auch gemeinsam in einer Gemeinschaft gründet. Wer zusammen empfährt, braucht Eingeist, braucht einen Ehrenprobex, braucht Selbstständigkeit, Disziplin, Unabhängigkeit, bei ihrem Stolten eine gewisse Erdewisikomanagement und die Bereitschaft, diese Werte einzustecken. Da sie auch offensichtlich aus der Masse herausstechen, sind sie auch unfällig. Das heißt, man muss für sich seine Werte stehen. Es ist ihnen auch unfällig. Wir haben seine Werte. Wir tragen alle eine Abruf, eine Abruf. Aber dazu zu stehen verbindet uns. Diese Parade verzeichen Biker und Soldaten aus. Und solche Menschen heiße ich bei uns gerne. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes zeigen. Das, was uns alle bindet, das ist wie eine Welt. Was uns untereinander verbindet, das ist dasjenige, was uns zu Gottesgleichen zum Übnis macht, ist unser Menschsein. Herr von Gott, wir rufen zu dir, segne diese Motorräder und Bars und beschütze alle von Ungewicke und Schaden, die sie in Beruf, Einsatz und Freizeit benützt. Gib, dass wir im Straßenverkehr eine Zeit verantworten zu müssen. Mach uns rücksichtsvoll und hilfsbereit. Lass uns in allem, was wir tun, deine Zeugnis sein. Und zitiere uns durch Christus in unseren Ehren. Amen. Mittlerweile kennt ihr mich ja schon, mein Name ist Eugen. Ich habe immer die Ehre, die Parade durch den Lienzer Talboden zu führen. Wir fahren wie immer durch sieben Gemeinden des Lienzer Talbodens bis auf den Hauptplatz nach Lienz. Wichtig, am Hauptplatz ist heuer eine kurze Pause für Eis, für einen Kaffee. Und wir verlassen den Hauptplatz gemeinsam um 14 Uhr wieder und fahren über die Nussdorfer Straße und die Zettersfeldstraße zum Motorrad-Special zum Holunderhof aus Zettersfeld. Die Polizei wird wie alle Jahre die neuralgischen Punkte, die Hauptkreuzungen absperren, so dass wir frei durchfahren können. Ich bitte alle Respekt, kein Überholen innerhalb der Parade. Heldenpflicht einzuhalten und viel Spaß zu haben. Retjenierende Musik ... ... ... ...